Die Skat-Saison Und nun setzen wir uns und nehmen die Karten auf. Bitte mal die Musik ab. Achtung, die Karten aufnehmen und mischen, mischen, mischen. Und schön das Handgelenk nach rechts schreiben lassen. Und mischen und mit links das gleiche. Mischen, 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 mischen. Und jetzt geben. Und geben, geben, geben. Und schön die Ellenbogen hochlassen, schön die Ellenbogen hochlassen. Geben, 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 geben. Und aufnehmen und sortieren. Sortieren, 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 sortieren. Schön mit der rechten Hand. So ist es. Und schauen uns das Blatt an. Und rechts und schauen und kontrollieren. Und links und schauen und kontrollieren. Und unschuld heucheln. So, und nun haben wir das Großmutterblatt. Vier Bauern und eine Kreuzflöte. Und da können wir natürlich von oben frei runterziehen. Achtung, aus dem Handgelenk. Eins, zwei und drei und vier und fünf. Und schön die Ellenbogen hochlassen. Eben und acht und neun und zehn und elf und zwölf. Oh, wir haben die beiden Karten nicht gedrückt. Verloren. Und ärgern, ärgern, ärgern. Schön die Ellenbogen beim Ärgern hochlassen. Jawohl und beide Hände. Und unter dem Tisch mit dem Buch links und rechts. Und unter dem Tisch links und öfter. Vielen Dank.